ich bin mal gespannt was das auch alles no problem oh kann ich das denn umschalten uh uh ah okay 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 na gut dann machen wir das mal na gut nein noch auha okay und sie soll teppich was okay Egan ist aber friedlich wäre der genauso tot ist er auch ne ganz andere waffe bombenschuss allein schon das ist auch ein geiler name und womit schießt du so mit dem bombenschuss immer bombenschuss also ähm ah jetzt muss ich hier rüber ah ich hätte wählen können welche seite ich zuerst mache und ich habe schon gedacht ich verpasse das jetzt alles zum glück ja nicht na so ja gut gehen wir dann mal hoch oi oh glück gehabt oh fuck alter hat der penner mich einfach gesehen oh jetzt also sag mal was das ist das jetzt endlich mal kann ich jetzt mal ein bisschen einsammeln hier ich brauche munition das ist ja unhöflich hier was ist das für eine begrüßung also nur wirklich ich komme hier rein da komme ich einmal hier an geschissen und werde direkt beschossen das kann ja wohl nicht warten und ich nehme hier viel zu viel munition äh fehlt so viel heilung gerade mit fällt mir gerade auf ich nehme hier nochmal was mit ne das nehmen wir nicht mit ich bin gerade froh ich bin gerade froh dass nur unsere panzer weggegangen ist was das kann ich auch alter geile kanone geile kanone so dann machen wir die zweite seite auf ne was das ging jetzt schnell die seite das ist ging mir eigentlich schon was zu schnell jetzt hier oder das ging ein bisschen zu schnell jetzt ja der grinst nicht mehr so obwohl es glaube ich der gleiche ist wie auf dem anderen bild auf der anderen seite nicht mehr so UNTERTITELUNG noch ein bisschen heilen, 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 heilen na? ja 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 der ist tot alter na ja jetzt können wir da wieder hochgehen boah man das ist ja unglaublich hier so noch ein bisschen nachladen hier ne? würde ich sagen so das nicht vielleicht die hier noch ein bisschen nachladen auch nicht ok aber äh die hier vielleicht noch das kann ich mir noch vorstellen jo so so gibt es hier noch irgendwas helmiges? nö aber eine karte gibt es hier und wir können hier reingehen rein in Burg Wolfenstein bin ich gespannt bei Gitter das ist nur Medizin machen wir mal auf oh 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 so jetzt sind wir in der schönen Burg Wolfenstein und da oben ist ein Monster alter warum kommt er hier runter? der dem hält der der das ist der 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 Alter. Alter. Beeindruckend, wieso kam der denn hier so runter gehüpft? Einmal gucken, dass wir alles nachladen können. Alter, da hüpft der hier einfach runter. Der alte Schockhammer hier. Warum ist er denn jetzt eben nicht hier lang gegangen? Das ist ja auch komisch. Naja, egal. So. Ne. Okay. Erstmal hier oben noch weiter looten. Denn hier ist ja noch ein bisschen was. Hier sind noch Waffen. Da sind keine Waffen. Hier können wir dann nochmal lang. Was haben wir hier noch? Eine Kiste. Mal schauen, was da schönes drin ist. Medischock. 80. Ne, danke. Brauchen wir nicht. So. Oh. Hier wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. ein bisschen. Aber da können wir natürlich gleich funken. Aber wir gehen noch einmal hier hoch noch. Denn. Hier gibt es ja auch ein bisschen was zu finden vielleicht. Oh geil. Feuer. Sollen wir das doch einsammeln? Ne. Damit er reicht. Gut. Dann gehen wir doch nach unten und einmal an die Funkanlage. Ich frage mich gerade was mit unseren. Wie hieß denn der noch? Agent One? Glaube ich hieß der, ne? Oh Gott. Hier passiert doch gleich irgendwas. So viel Munition gibt es doch nicht umsonst. So viel Munition gibt es nicht umsonst. So viel Munition gibt es nicht umsonst. So viel那ig. So viel. Is ya ha��� sexy? So warte. Annah. Le prison. in Ah, ich kann ihn dir! Ah, ich kann ihn dir! Okay, fahren wir mal so. Oh, ich kann ihn dir! Okay, das ist noch ein Medi-Pack. Okay, das ist noch ein Medi-Pack. Ah, über den Weg. Oh, ich kann ihn dir! Da, eins, zwei. Ah, klar! Armin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ne, wer mit? Okay, jetzt ist auch das Alarm vorbei. Pobra 11 hat Feierabend. Das würde ich sagen. Damit er reicht. Macht ja nix. Wir können immer mehr gebrauchen. Ne? Ich muss sagen, man kann immer mehr gebrauchen als man hat. Das haben wir mittlerweile gemerkt. Und hier noch. Oh, maybe. Oh. gut. Gut, dann wollen wir mal da rein. Okay. Ich bin gespannt. 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 Das habe ich noch nie gesehen. Irgendwann hat Jäger jeden so weit. Okay, bei dem müssen wir vorsichtiger sein. Ich bin gespannt. Genau, mach das mal. Ich bin gespannt. Okay, aber den müssen wir mal näher ran. Es ist super interessant, es interessiert die überhaupt nicht, dass ihre Leute hier tot rumliegen. Überhaupt nicht, das ist unglaublich und den kriege ich nicht mit allem Schuss weg. Hä? Warum ist dem das so egal? Na gut, ich meine, mir steht das nicht, ne? Dann ist ihm das halt egal. Aber mir auch. So. Kriege ich den eigentlich auch mit dem Kopfschuss tot? Ich glaube nicht. Hä? Hä? Wo war denn noch ein? Wo kamen die denn jetzt alle her? Da war kein Schwein mehr im Raum. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Irgendwann hat Jäger jeden so weiter. Peter, hinten habe ich gerade noch einen gesehen. Tja, dann muss er sich was ausdenken. Ich weiß wie zu Jäger fähig ist. Ich hab's gesehen. 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 Kanan. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. alter unglaublich jetzt habe ich dir mit einem schuss getroffen und es hat mir nichts gebracht aber was soll es alle tot so wie es sein soll ok da kommen wir so nicht ran hier ist er hier ist er den habe ich gesucht da hängen noch helme die sollte ich mitnehmen alter na gut jetzt war irgendwie wir lang müssen ach so das ist noch mal gesundheit ach so gut was ist denn lang ach da da muss ich lang da 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 Vielen Dank.